So, ihr wollt jetzt gerade mal sehen, wie ich da male. Ich hab mir heute mal einen anderen Korre gemacht, und zwar, ja, das sind halt einfach Schlüssen hier. Ja, ein paar Minuten wegradieren. Ich werde das jetzt dann gleich mit einem Stück nachzeichnen. Ich werde das jetzt mal sehen. Ja. Oh, sorry. Ähm, ich habe kurz einen Faden gemacht. Ah Mist, ähm, ich habe vergessen, auch zu nehmen, ähm, das Stück hier. Ja, ähm, wir hatten nachher noch einen Dicken gebrauchen hier. So, jetzt ist er gleich fertig. Ähm, nochmal vielmals Entschuldigung, weil ich ein Stück vergessen habe, aufzunehmen. Hier ist ein guter Spreirobillen. Ich habe mein Bild natürlich. Scheißdreck, hau dem alles ab, den man es nur braucht. So, dann geht es weg. Jetzt wird hier noch ein Radierzeug. Ja, ja, ein wunderschöner Hai. Oh, wir haben die Linie, die wir nicht mal hätten sollen. Ach, egal. So, jetzt kann ich noch ein Auge. So, jetzt kann ich noch ein Auge. Mal rein gehört. So, jetzt kann ich noch ein Auge hinlegen. Schnelles Auge und fertig wäre jetzt ein Hai gewesen. Also das ist ein cooles Video. Ich habe das mal mit einer anderen Kamera probiert. Das ist nur ein Test. Ich werde das auch hoch stellen, aber ich halte mir mal so ein Test. Vielen Dank zum Zuschauen. Hö.